Das ist Jessie. Ich will, dass sie unsere neue Nanny wird. Leichter gesagt als getan. Mein Gesicht fährt ein. Pass auf, dass sie sich benehmen. Was habt ihr diesmal ausgeheckt? Gar nichts. Denn in diesem Haus ist Chaos vorprogrammiert. An deiner Stelle würde ich da lieber nicht reingehen. Dauert da jetzt ein unheimliches Monster hinter der Tür. Kinder. Jessie. Heute, 19.25 Uhr im Disney Channel. Kinder.